Warum passiert mir das immer im Auto? Ich krieg mehr Platten im Auto als auf der Strecke. Ist das schlechte Luft oder so? Noch ist es sauber. Speichel gebrochen oder ist das einfach nur ein Ahrachter? Speichelspannung. Ok, da muss man was gegen tun. Immer noch drin. Was geht hier? Ah, geht schon wieder geil. Ah, Mathebampe. Ok. Loch. Im Matsch lernt man so viel. Ich denk mal nach dem Besuch gönne ich mal in der Session eine neue Linse, wenn es sowas gibt. Das ist auch geil. Ich weiß nicht warum, das ist voll die Krankheit geworden, dass ich versuche jede Kurve zu cutten. Danke Yannick. Alter, sieht die Strecke aus. Einmal vor der Radkrippe zum mitnehmen bitte. Meine Schaltung kann ich danach wieder wegschmeißen. Toll. Das ist das erste Mal, dass ich die Kurve gescheit bekommen habe. Es lenkt einfach so geil. Ich kann im Nassen so viel besser Kurven fahren. Ich weiß auch nicht warum. Leider ist dieses Wochenende wohl für meine Schaltung ein Lebenszeitsimulator. Und die wird danach komplett runtergerockt sein. 100 pro. Ich muss mir mal was überlegen, ob ich nicht irgendwie was Single Speed mäßiges aufbaue für so Tage. Die Steine haben auch echt viel Grip. Nur über die Wurzel muss man aufpassen. Jetzt gucken wir uns mal die Roots an. Erste Fahrung für heute auf der Roots. Sieht so geil aus hier. Oh Gott, komische Leining. Ohne Schwung macht die da hinten keinen Sinn. Als wäre der Drop abgetragen worden. Hier wurde ich jetzt aber rumgeleitet. Ich nehme mir gerne dieses technische Stück hier. Obwohl man danach über den Schrauben drüber muss. Ist aber langsamer. Jetzt fängt der Steuersatz an Geräusche zu machen. Ja, mein Antrieb funktioniert wieder. Ich war im Bike-Warsch. Ja, mein Antrieb funktioniert wieder. Ich war im Bike-Warsch. Oh Gott, ich glaub ich hab schon ein bisschen so bis da aufgegangen. Vom ganzen Matsch hin. So. Hoppala. Ich hab's wieder ne Ruhezeit gleich. Okay. Das war ganz gut eigentlich. Ich hab's wieder weg. Oh. Oh shit. Oh shit. Oh shit. das war scary, aber gut, kann man machen, denke ich ein bisschen zu arg oh no schön aufs Handy gefallen Fahrrad, bist du wieder ganz magst du mich wieder? hat irgendwie eine fiese stelle wenn man da allen schwung braucht, dann muss ich halt richtig reinlegen so, mein oberschenkel schmerzt minimal die knie auch minimal, aber es war ein großer schlag gegen meinen selbstvertrauen oh 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 ui was ist denn das hier schmodder oh das ist ja next level 360 was ist hier los das ist ja nur schmodder egal blablabla oh oh nice, ich hab die inside line bekommen hoffentlich ist da kein matsch von der linse was mir gerade aufgefallen ist ich fahr jetzt manche kurven im sitzen das funktioniert ganz gut, wenn das terrain so undefiniert ist das ist krass, so eine fahrtechnik habe ich noch nie angewendet ok ja schon wieder diese sitztechnik angewendet verdammt schwierig zu beschreiben wie man hier am besten fährt das ist so eine mischung zwischen locker machen und körperspannung was eigentlich überhaupt keinen sinn ergibt also man muss versuchen diesen gleichgewichtspunkt das ist so unglaublich wichtig dass man zwischen vorder und hinterrad im gleichgewicht ist weil sonst ein bisschen weit zu weit vorne dann hat man vorne zu viel traktion drückt das hinterrad aus und umgedreht fliegt man auf die fresse ja wieder motocross style hinsetzen und fuß raus zumindest zumindest war der eine krömer und der andere fahr ich jetzt gucken wir mal was hier geht matsch da hätt's gedacht fraglich ob ich einen trockenen auto reinweg in die kurven ich glaub's eigentlich nicht es wiegt schon wieder 3000 kg und ich hätt das rad immer so an damit die handschuhe nicht so matschig werden weil dann ist ein bisschen komisch wenn die zu matschig sind was mir noch an fahrtechnik aufgefallen ist ich lass das rad absichtlich immer ans knie schlagen um das auszubalancieren alles der tag ist fast rum ich glaub das gibt so einen mega blauen fleck aber es hilft ungemein beim fahren ich hab vergessen das wollte ich eigentlich am bikewash sauber machen wenn wir da der bikewash zu was soll war ist einfach weiter gefahren es hat lange nicht mehr geregnet es hat heute überhaupt generell nicht so viel geregnet wie es auf dem wetterbericht vorkam es regnet nur da oben da hier im nebel da regnet es da unten nicht ist ziemlich geil das epizentrum des schlechten wetters hier ist wind und regen und eben im lüft dran so gar nichts mehr Rekordgedächtniskurve hier gehts richtig ab wie auf dem motocross track alter mal gucken wir werden ein bisschen schneller durchfahren diesmal ich würde immer richtig scrubben hier das fühlt sich an als wäre ich ein dreimal besserer fahrer auf einmal wenn es geregnet hat und alles matschig ist das ist weird gerade so jetzt wird interessant wie immer so da unten bevor es wieder ins freie geht ist ein neuer sprung der ist so kaputt aber ich habe eigentlich den speed um den zu springen und ich habe es auch schon mal gemacht der war ein bisschen nosedive ich hoffe das geht gut nicht dass ich hier den kein roxen mache fast aus dem drift hier reingesprungen mit der durchschlag mit der durchschlag hier oh scheiße die bremse geht nicht mehr kann ich eigentlich nicht gebrauchen jetzt kommt die angst das war haarig am ende batterie schreibt schon nein bei der gopro vielleicht ein bisschen komisch aber ok keine bremse hier brauchen wir dann doch welche das passt mal nicht wenn wir treten an der stelle sehr ungewöhnlich ich mache glaube ich jetzt auch schon seit vier stunden nonstop abfahrten ich sollte mal was essen was trinken und so zeug aber der lift macht bald zu das tut einem ja irgendwie ein bisschen leid für die strecken aber nee kein mitleid so dann knallen wir mal ein bisschen die blau runter direkt auf den ersten meter von einem wilden stück matsch attackiert jetzt sehe ich nicht mehr so gut so durch den regen ist es ein bisschen silberner wieder geworden Lac Blanc der parkplatz beim opening aber es ist auch schon 17 uhr das sieht irgendwie nicht so aus als würde nachher noch einer kommen ich könnte doch eine abfahrt schaffen aber ich glaube ich zu dem Luftpersonal eingefallen und lasse es danach sein aber guckt euch das mal an da geht nichts ja ja die sind Ende im gelände ich mache hier keine vorwürfe weil der tag war echt hart aber für letzte abfahrt wäre es doch ganz cool noch eine bremse zu machen so ganz ohne bremse ist doch ein bisschen scheiße weiter gehts übertreibt doch ja endlich hat es geklappt ich bin wirklich der letzte man am berg aber gut aber gut jetzt kommt nochmal eine große stelle ich habe geschlafen nein das war der hammer heute jetzt ist total einsam und der lift läuft noch krass das läuft nicht so früh und das ist natürlich auch nicht optimal und das ist natürlich auch nicht optimal das ist natürlich auch nicht optimal der ist das ist natürlich auch nicht optimal